Man nennt ihn den Killer und das ist Rock'n'Roll. Ich mag die Deutschen, sie sind wahre, treue Rock'n'Roller, sie geben sich nicht mit Hinterwäldler-Kram ab, sie fordern und gibst du ihnen nicht alles, dann schießen sie dich von der Bühne. Rock'n'Roll in Berlin. Stilecht, keine Reise mit einer Zeitmaschine. Hier im tiefsten Süden der Stadt, da gehen die Uhren anders. Mann bewegt Frau nach der guten alten, überlieferten Art des amerikanischen Südens. Was die GIs nach Berlin brachten, lebte all die Jahre in der Mauerstadt so gut wie nirgendwo. Im Cadillac-Club gibt es nur die beiden wahren Musiken Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist ein Gefühl, das muss man einfach haben, ansonsten kann man sich tanzen. Ich weiß nicht, ich fühle mich zu dieser Zeit einfach mehr hingezogen, schon durch die Kleidung und die Musik. Ich weiß nicht, es fing damals mit fünf Jahren an, da habe ich Elvis im Fall gesehen. Und so versuchen die Caddy gerade rechtzeitig für ihn, den Killer mit der härtesten Staccato-Rechten aller Zeiten. Die Party geht ab, es wird zünftig getanzt, jung und alt, endlich mal vereint, die Fans der ersten Stunde geraten aus dem Häuschen. Ich arbeite ja nun Jahrzehnte an den Tasten, und so kommen halt alle Generationen, und die ganz jungen eben, weil sie einfach schlau sind. 55 Jahre jung, 88 Tasten, das reicht. Doch besteht der Mann mit dem harten Anschlag darauf, sehr gottesfürchtig zu sein. Hier sein Beweis. Also Gottes Musik und teuflisch guter Rock'n'Roll liegen nahe beieinander. Amen. 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 Vielen Dank.